Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück auf dem kreativsten YouTube-Kanal Deutschlands. Ich wette, ihr könnt es genauso wenig wie ich erwarten, endlich mit einer weiteren neuen Story zu beginnen. Nach den ganzen Bad Girls, One Direction und neben Harry Potter sollten wir uns in eine weitere Sparte begeben, die klassischen Fail-Fictions genügend Nährboden gibt. YouTuber. Richtig gehört, heute beginnen wir eine Story über YouTuber, die ich wohl eh nicht kennen werde. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Der heutige Titel. Love with a YouTuber? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Der Klappentext. Ja, 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 ich weiß, XD. Absatz. Was ist, wenn man erfährt, dass sich ihre Mutter umgebracht hat und ihr Vater erhängt? Das muss nämlich die 16, Klammer auf, bald 17, Klammer zu, jährige Lee spüren und muss in eine WG ziehen, welche sie eigentlich nett findet, aber einer eher nicht. Moritz. Doch freunden sie sich an, oder wird es doch mehr? Absatz. Textausschnitt. Moritz, ich, flüstere ich und spüre den Atem von Moritz. Ja, fragte Moritz. Ich habe mich, glaube, in dich verliebt, flüstere ich noch leiser und sehe beschämend auf meine Schuhe. Dann bist du nicht alleine, sagt Moritz beruhigend, und lächeln, was mich auch zum Lächeln bringt. Anmerkung des Vorlesers. Dieser Textausschnitt verrät Gott sei Dank überhaupt nicht, was in der Geschichte passieren wird. Klammer auf, App für die Schriften heißt Fronts, Klammer zu. Ja, ich glaube, die App heißt ein ganz kleines bisschen anders, aber at least you tried. Dann würde ich vorschlagen, starten wir einfach mal in die Story. Aussehen. In Klammern, Aussehen. Name Moritz. Name Lee. Und Lee sieht auf diesem Bild überhaupt nicht danach aus, als hätte ihr gerade ein Hornisse in die Nase gestochen. Aussehen sieht ihr ja, XD. Augen braun und grün. Anmerkung des Vorlesers. Ich frage mich, was Moritz falsch gemacht hat, dass er keine Angaben zu seinem Aussehen oder zu seinen Augen bekommt. Prolog. In Klammern, Prolog. Ich liege im Bett und starre an die Decke. Ich liege hier nun ein paar Stunden und starre sie nur an. Warum, weiß ich selber nicht. Nach einer halben Stunde klingelt es an der Tür und ich frage mich, warum meine Eltern nicht selber die Tür aufmachen, da sie den Schlüssel eigentlich mitgenommen haben. Also gehe ich aus meinem Zimmer. Hm, was ist, wenn sie es gar nicht sind? Aber wo sind sie dann? frage ich mich wieder besorgt und schließe Eie Tür auf. Vor mir steht die Polizei. Hallo Miss, wir wollten ihm leider eine schlechte Nachricht erzählen. Sagt eine Polizistin und ich runzle die Stirn. Ich nicke und sie sieht besorgt zu ihren Kollegen, der nun spricht. Ihre Eltern sind leider verstorben, wahrscheinlich Selbstmord, sagt der Polizist. Mir kullert eine Träne, ppär, die Wange. Dürften wir reinkommen, wir müssen da noch Sachen besprechen, sagt die Polizistin und ich lasse sie herein. Sie setzen sich auf die Couch und ich auf den Sessel der Indes-Bücher-Regals. Also wir haben gekümmert, dass sie nicht ins Heim müssen, sondern in eine WG, damit sie sich nicht alleine fühlen und das Waisenhaus nicht so toll ist, sagt der Polizist. Am 4. Ich schließe die Tür ab und weine los. Wieso sollten sie sich umbringen, wenn sie doch glücklich waren, genauso wie ich? Frage ich mich weinend und schlafe irgendwann ein. Sternchen. Am nächsten Morgen. Sternchen. Ich stehe auf und ziehe mir eine olivegrüne Jacke mit einem Adidas-T-Shirt, einer schwarzen Leggings und meinen Adidas-Schuhe. Ich gehe runter und frühstücke. Ich habe mich für die Schule krankgeschrieben, da ich nicht unbedingt will, dass sie mich mit ... Mit ... Oh mein Gott. Mit Berheu-Yuen den Gesicht sehen. Ich habe wirklich überhaupt gar keine Ahnung, was das für ein Wort sein soll. Wer von euch dafür eine Idee hat, gerne in die Kommentare. Ich sehe in den Spiegel und sehe meinem Gesicht, was verheult ist und leichte Augenränder. Ich packe meinen Koffer, da es ja bald losgeht, denn es ist Februar. Das ist nun also der epische Beginn einer neuen Story. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie glücklich mich das macht. Falls ihr nicht wisst, wie ihr die Zeit bis zum nächsten Video totschlagen könnt, habe ich eine erstklassige Empfehlung für euch. Ich wurde nämlich das erste Mal interviewt. Und zwar von der lieben Lee, die ihr auf Wattpad unter Jade Words findet. Im neuesten Kapitel ihres Buches findet ihr das Interview mit mir. Schaut dort gerne mal rein, wenn ihr ein bisschen was erstalken wollt. Ansonsten gerne abonnieren, weiterempfehlen und mich auf Wattpad besuchen. Bis zum nächsten Mal, LGME. Und jetzt kommt noch der Outtake. Ach, nee.